Innovation Innovation sind unsere intelligenten Ausgabesysteme. Innovation ist für mich Fertigungstechniken speziell schon in der Konstruktion neu zu denken, neu anzuwenden. Innovation sind intelligente Shoplösungen. Intelligente, zukunftsfähige Lösungen, die im Laufe der Zeit immer intelligenter werden und wachsen. Intelligente Schnittstellen vorbereitet für Systemintegration. Innovation ist 3D-Druck 4.0. Die Innovation ist eine Softwarelösung zu Bieter, um einfach und schnell individuelle Hartschirmprodukte zu erzeugen. Ablos Größe 1. Innovation ist das Gesamte. Und zu einer Innovation gehört ganz wichtig der Mensch. Innovation ist das Gesamte. 2. Was animiere. 1. Und das Gegen영 war die 64.0. Ein Ensign war die gorbein.